Apotheker Christian Lindinger, Dr. Markus Czernik, zusammen sind wir Deine Gesund-Generation. Überleg mal, was ist für Dich Gesundheit? Für mich ist Gesundheit nicht nur das Fehlen von Krankheit, für mich ist Gesundheit das Erreichen des Optimums. Das Optimum für Deine Gesundheit ist, wenn Du Deinem Körper tatsächlich zur Verfügung stellst, was er tatsächlich braucht, um auf alles, was Dein Leben so mit sich bringt, reagieren kannst. Jetzt fragst Du Dich bestimmt, woher weißt Du, was Du brauchst? Wir als Gesund-Generation schauen über den Tellerrand. Wir haben die Möglichkeiten festzustellen, was Dir wirklich fehlt. Deswegen warte nicht, bis die Speicher leer sind, bis Du nicht mehr kannst, bis die Lämpchen leuchten. Komm zu uns und profitiere von uns als Experten für Deine Gesundheit. Jetzt wirst Du Dich bestimmt fragen, warum sind die beiden Experten? Weil bei uns als Arzt und als Apotheker alle Bereiche der Gesundheit zusammenlaufen. Mehr geht nicht. Wir nehmen uns Zeit für Dich. Wir hören Dir zu. Und? Mit unserer Spezialanalytik lesen wir mehr aus Deinem Blut heraus. Und das ist das Besondere. Und das Besondere ist auch, dass wir als Team, als Arzt und Apotheker, jeden Fall einzeln besprechen und die für Dich optimale Gesundheitsstrategie entwickeln. Optimale Gesundheitsstrategie bedeutet viel mehr als Nahrungsergänzung. Es bedeutet die gezielte Gabe von Bio-Faktoren und Mikronährstoffen, um Deine Speicher aufzufüllen, damit die Krankheit keine Chance hat. Mikronährstoffe sind die elementaren Bausteine für Deine Zellkraftwerke. Absolute Power für Deine Gesundheit. Gesund Generation zusammen für Deine Gesundheit.